Hier ist wieder Chris von Sports & Health und wir sind gerade auf einem Worker-Meeting mit unseren ganzen Mitarbeitern und bereiten uns auf den Black Friday vor. Und ich bin soeben von meinen eigenen Kollegen hier ausgeschlossen worden, weil ich vorgeschlagen habe, dass wir Freitag 20% auf alle Produkte bei uns im Online-Shop geben. Und daraufhin wurde ich hier einfach ausgegrenzt und ausgeschlossen. Es ist richtig kalt, aber ich verspreche euch eins, ich werde das durchziehen und am Freitag bekommt ihr alle 20%. Und jetzt werde ich nochmal versuchen, wieder bei uns reinzukommen. Leute, lasst mich rein! Hey, was ist denn los?